so auf ein neues jetzt mit mario komm schon mach ihn fertig auf die zwölf und zwar jetzt f drücken erst mal schützen erst mal schütze muni holen welches jetzt das ist die tolle munition als die märkten rot 0 das war es die gesteckt das ist auch was dann schocken und da jetzt rechts noch was nein da sind eben gerade außen und rechts ja, ne lecke ok so lang drauf schießen bis er stirbt gut ok gut gut hide, 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 hide just wait just wait ok links, links, links und da was i would catch a grenade for you aber die kleinen nicht echt ja 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 diesmal noch mal auf zwei und jetzt und jetzt granate grenade jetzt granate granate ah 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 haben wir auf den drauf immer weiter auf den drauf nachladen weißt du was komm jetzt Kinder sind ja komm warten juhu ach jetzt spuckt ja spuckt wieder so ja red renn sie hinter dir rin sie hinter dir nachladen oder du vergisst das immer wieder ne jo also du musst ihn du musst ihn auf ihn schießen ja schon klar ich muss doch irgendwie auch hier auf ihn los ja ach die sind zu spielen das Ding mit dir der ganze Zeit neue deswegen auf ihn schießen die Kinder ignorieren her er kriegt alles ab Mann schieß ihn ich meiß granaten da schieß ihn er ist tot hä er ist tot jetzt reagieren jetzt kann man reagieren du musst mich nicht erinnern Wollt ihr mich verarschen das ist während des Kamps nicht möglich Nein, zwei Sekunden! Wird das wirklich funktionieren? Schnell, Chris! Jan, du musst jetzt tot sein. Jan müsste jetzt zum Bruch gehen. Er hat einen guten Anschlag. Mir gehts gut. Mir gehts gut. Okay, Lucas. Nur noch du und ich. Okay. Das ist jetzt die gute. Das ist jetzt die normale. Chris, wir sehen einen Raum hinter der Tunnelbohrmaschine. Lucas? Vielleicht. Probiere reinzukommen und schau nach. Verstanden. Hallo? Ist da was? Nein. Da kann ich drücken. Lädd ich jetzt auch. Guck mal, ob die Shotgun wieder okay ist. Guck mal, ob die Shotgun wieder okay ist. Was wird der? Oh, okay. Ich muss nicht nachladen. Warte. Ich hab gerade keine anderen Ganaten drauf. Kicken? Und dann ziehen. Das sind jetzt Beteiligungsgranaten. Ja. Ach, jetzt sind wir jetzt zu Hause. Jetzt zu Hause. Da war der Schlüssel. Da war nichts mehr. Warte, da war dieser eine Raum. Wollen wir da kurz gucken? Welcher eine Raum? Wo ich nicht hin wollte, weil ich keine Zeit hatte. Hast du keine Zeit? Ja, aber... Erst mal ektoren. Erst mal ektoren. Was sagst du soll? Wir müssen gehen. Jetzt rechts. Wo ist der Raum? Hier jetzt rechts. Oder da dahinter. Stimmt. Ich hatte irgendwie keine... Kann vielleicht nix sein. Nur eine Sackgasse. Aber... Hey Chris, guck mal. Das ist eine Sackgasse. Mit ein paar... Siehst du noch mal eine Münze? Äh, ja. Wir haben sogar eine Schlüssel. Warte, 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 warte. Wir haben diese tolle Munition jetzt bekommen. Ah, okay. Jetzt überlege ich gerade, wo wir noch so einen Clownschlüssel haben. Weil ich will doch nicht das große Ding öffnen. Wir hatten auch eins. Ich glaube, dass das erste Tor reingegangen sind. Oder ist es das kürzer? Das ist glaube ich kürzer. Und dann ist Wincher die Munition vorbei. Super Mario. Es ist ein Mario-Time. Juhu. So. Ich würde noch nicht das große Ding öffnen, den ich möchte noch vor. Und dann das Feuer machen. Wir haben jetzt sechs Münzen noch. Wir haben fünf so im Elementar. Und eine noch in der Kiste. Wir brauchen... Acht. Für den einen bauen wir fünf. Für den anderen drei. Achso, die Münze meinst du? Ja. Und ich meine... Da war auch nix drin, ne? Ja, das ist gut. Das wir diesen einen Raum noch eine Münze liegen gelassen haben. Das heißt, wir haben noch... In welchem Raum? Durch diese grüne... Durch die grüne Tür links. Warte, 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 warte. Ja, erstmal speichern. Äh, neu, ja. Lass mal PC aufheilen. Okay, äh... Wir haben jetzt... Genau, sechs Stück. Ähm... Guck, guck, warte, 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 was ist das denn? Das ist die... Oh... Dauerhaft... Reindrücken. Äh... Rechts, links, 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 glaube ich. Und dann ja. Alter... Steroide, ich hab die ganz schön vergessen. Du meinst hier mal noch eine Münze übersehen? Nein, wir haben hier mitgenommen und dann, ich glaube, ich glaube, ich war bei Neu-Dach, aber weiß wo? Nein. Aber wir wollen wir auch immer was festen, ne? Was doch eh dann noch festen. Das war doch nicht am Anfang. Ja, oh... Oh, das war das. Oh, das war das. Oh, das war das. Oh, das war das. Hey... Da wollte ich rein. Ich weck, dass da auch noch eine Münze ist. Nur zur Sicherheit, ne? Die kennen das ja. Stabilisierer... Ah, warte. Das ist hier nix. Aber Stabilisierer. Pfeift die den wieder rein. Was macht der? Oh, okay. Ja, spannend. Äh... Ja, ich mach das immer falsch. So, und wo meinst du, wer liegende Münze? Links? Also, ich bin mir nicht sicher. Oh, das geht jetzt nicht. Oh, alter! Okay, wir fahren Pfeifen auf die Münze. Wo war die? Ja, ich müsse halt in dieser Lixe durch, ne? Ich bin mir halt nicht sicher. Ich meine, wir hätten da immer zwei gehabt. Ja, das ist ja kein Problem. Wir hätten mal zwei. Nicht dagegen schießen. Schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö das normale oder ist normal da noch nicht hier sind wir durchgegangen Steffsabang, komm, wir haben jetzt da und sonst noch gleich mal so durchgegangen das war nicht da, es war nicht da Es gab eine, die lag noch so vor dem Schacht, bevor wir runtergeflogen sind. Ja, die haben wir genommen. Ich wüsste aber die wohl noch in der Lack. Ich meine, wir hätten, als wir durch sind, irgendwie noch... Das kann mich ja so irren, ne? Ja, ja, auch so ein Sack lag, das in der Ecke. Ja, und dann hat eine... Dicke... Achso, dann. Ähm... Das war ziemlich am Anfang jetzt. Ja, wir müssen, wie wir das drücken. Du läufst jetzt grad mit dem Fahrstuhl, wo es dann runter geht. Das ist falsch. Kommt nicht mehr hoch. Glaubst du nicht auf andere den? Nein. Wo warst du, liegt da? Da. Aber so. Aber ich weiß nicht, ob das... Ich glaub da noch einer irgendwo lag. Das sind nämlich nicht die, die ich meine. Hallo. Hallo. Prank, oh gut. Prank. Okay. So, aber... Ich weiß, wo du mal jetzt auf irgendeinem Sack lag die. Das war aber ziemlich nah am Anfang. Dann hätten wir nämlich dann alle Münzen, dann könnten wir uns beides Sachen holen. Fehlt es nur noch eine? Ja, jetzt fehlt es nur noch eine Münze, glaube ich, weil wir jetzt noch eine gefunden haben. Und ich meine, die war vorher nicht da. Wir sind da nicht durch, da durch. Oh, wo lag die... Oh, komm schon, du guck dich. Warte mal. Äh... Da ist die Luke. Hast du irgendeinen Plan? Ja. Das ist Tor. Ja. Dann sind wir hier. Am Anfang sind wir so da durch. Dann mussten wir so durch. Dann sind wir weiter da vorbei. Dann sind wir hier, so jetzt wo wir grad sind. Dann sind wir irgendwo... Könnte die Ecke hier sein. Könnte. Ich guck mal, ob da irgendwo was gibt. Das war das hier. Das war... Ja, da. Auf dem Sack. Ich denke, dass wir nichts mit hier haben wollen. Aber jetzt ist es vielleicht nicht noch mal mit. Vielleicht noch mal kurz gucken. Nur für mich. Ich bin egal, du musst dir nichts aufmachen, du lassst mich erschrecken. Ich mach mal kurz auf den Tisch gucken. Aber nur für mich. Ich will also erstmal hier. Alles abklappen. Das haben wir jetzt dir zu verdanken. Das ist normaler. Das ist normaler. Ich hab nicht ein Messer. Die sind massivfähig. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Die sind, das ist deine Bitch. Der ist tot. Egal, ich hab gut. Der passt. Dann wir uns jetzt zu. Hallo. So, mal auf den Fassel oben drauf gucken. Das ist schon mal gut, dass wir wenigstens nochmal nachguckt haben. wir haben schon mal eine Mitznummer gefunden. Sicher ist sicher. Das ist schon eine Tür. Es geht ja nach draußen in so einem Kreis gelockt. Okay, ja. Wir keinen haben wir weiter. Dann kriegen wir übrigens so eine von den Sachen. Ich werde ihnen in den Aufnahmen oder sie noch eine gefunden haben, aber dann nicht. Warte, ich hab's nicht gesagt, oder? Du hast recht. Aber wir haben jetzt noch eine gefunden. Es ist auch nicht mehr schlecht. Das war nicht, um von mir nochmal zurückzugehen. Dann gehen wir erstmal hoch. Ja, warte. Erstmal kaufen wir die Dinger. Ja, genau. Ich meine, wir bräuchten acht. Da war doch noch eine Kiste, die wir öffnen müssen, ne? Ja. Was ist das? Erstmal gucken, was da drin ist. Nehmen wir erstmal die Steroide, ne? Ja, scheiße, nachladen, ne? Ja, scheiße, nachladen, ne? Alter, eine ganze Zeit. Gibt es ja noch. Ich will den jetzt öffnen. So, was? Da brauchen wir fünf. Eine Kiste, ja, aber haben wir die Schlüsse? Den haben wir noch. Aber dafür bräuchte ich mal einen Schrauben. Weißt du es noch? Äh, ja, aber ich muss nur mal kurz gucken. Geht schon, äh, schade nicht. Äh, ganz rechts. Äh, ganz rechts, ganz rechts. Ja. Weißt du noch, wo ich es stand? Wo? Ja, nach rechts. Und dann links irgendwie. Der rechts, wo? Also, ne, du warst eine Matze, meine ich. Obwohl es nach rechts geht. Und dann links. Da war die. Ja, da brauchen wir irgendwas anderes für. Ähm. Messer. Schade. Äh, dann haben wir, ja gut, dann haben wir was übersehen halt. Oder vielleicht finden wir das später noch. Ach komm, scheiß drauf. Wir machen nicht mal was. Ha. Hätte das sein können. Okay. Äh. Dann lege ich jetzt mal die Kisten ab. Äh, die unsere Sachen wieder ab. Genau. Das dauert ja viel Zeit. Du hast das abgelegt. Ja, wir haben alles können wir behalten. Speichern. Äh, welcher Worte denn du willst? Ne, ganz unten. Da, ja. 18 Minuten. Heute mal eine kürzere Folge. Warte, willst du das noch machen? So. Ist alles nachgeladen. So. Ja, komm zu uns. Ja, ich halte dich auf. Ah, da kann man gleich durchgehen wahrscheinlich. Ach so, ich wusste ja nicht, dass man in diese Tunnel-Board-Dinger rein kann. Ja, doch. So, auf der anderen Seite auch was zum Eingehen. Wahrscheinlich nicht. Wollen im Boot, muss man sein. Aber kann gut sein. Aber da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Das war die besondere Muni. Das war die besondere Muni, ne? Ja, das war meine nächste Folge, ne? In diesen schönen, sauberen Raum wird Christian in der nächsten Folge reingehen. Oh, das ist auch radioaktiv. Also, viel Spaß nicht sofort. Right now. Tschau. Tschau. Sch Says. Ich redeprobleme. Jetzt winkці los an. Tschau. Tschau ki. Tschau.